In einem Land vor unserer Zeit liegt ein Ort, geheimnisvoll und dunkel. Doch die Dunkelheit gebar ein helles Licht. Ein Licht in digital 4K, 3D und Surround Sound. Sorry, nochmal. Ähm, falscher Film. Ein Licht in digital 4K, 3D und Surround Sound. Ein Licht in digital 4K, 3D und Surround Sound. Also nein, nicht meinem Kino. Es gehört den Müllers aber dazu später mehr. Lieben Sie Filme genauso wie wir? Unterstützen Sie uns. Erzählen Sie uns Ihre Kinogeschichte. Helfen Sie uns, diesen Film zu machen über eines der ältesten, noch in Familienhand verbliebenen Kinos Deutschlands. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseite und werden Sie Teil des Projekts 100 Jahre Schmelzer Lichtspiele. Erzählen Sie uns, diesen Film zu machen.